Und erstmal schönen guten Abend, Michael Kubik. Schön, dass es geklappt hat mit dem Interview. Ja, schönen guten Abend. Freue ich mich auch. Sie sind gehandicapt, wie man so schön sagt. Das heißt, Sie sind von Geburt an halbseitig spastisch gelähmt. Das beeinträchtigt Ihre Koordinationsfähigkeiten, Ihre körperlichen Fähigkeiten, aber nicht Ihren Intellekt. Ist das richtig? Genau, also das ist passiert durch eine Frühgeburt. Ich habe eine Zwillingsschwester, die ist nicht beeinträchtigt und wir sind neun Wochen zu früh geboren. Und aufgrund von Sauerstoffmangel ist quasi mir das Schicksal passiert. Es gibt immer einen Punkt im Leben eines Behinderten, eines gehandicapten Menschen, wo er sagt, ich bin zwar gehandicapt, aber nicht so, dass ich kein selbstbestimmtes Leben führen kann. Das war auch bei Ihnen so. Sie haben zu Hause bei Ihrer Mutter gewohnt, die Ihnen assistiert hat an der Stelle. Aber mit 26 haben Sie dann doch beschlossen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ja, also das war nicht ganz freiwillig. Meine Mutter ist erkrankt, ihr war quasi der Darm gerissen und so musste ich mir sehr schnell eine Lösung überlegen, wie ich denn leben kann, weil meine Mutter auch alleinerziehend war. Und für mich war immer klar, in ein Heim möchte ich nicht, sondern in eine eigene Wohnung und ein selbstbestimmtes Leben führen, ja. Nun ist Behinderung oder Handicap ja nicht immer automatisch auch was, wo man sagt, die Leute müssen in betreutes Wohnen, in einem Heim oder in einer Einrichtung. Trotzdem brauchen Sie Assistenz. Genau, also ich brauche Assistenz, um meinen Alltag vernünftig gestalten zu können. Ich brauche auch, habe aktuell auch einen Pflegedienst, der quasi pflegerische Tätigkeiten übernimmt. Und um das Ganze halt drum zu machen, brauche ich Pflege für die Pflege und Assistenz für die Freizeit, ja. Jetzt ist aber auch für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, nicht ganz einfach, auch eine entsprechende Wohnung zu finden. Das ist richtig, ja. Ich habe dann versucht, über die Presse, also über Annoncen, über Ebay-Kleinanzeigen oder auch die sozialen Medien wie Facebook und Instagram eine Anzeige zu starten. Denn es musste ja, wie schon gesagt, sehr schnell gehen und hatte dann auch Glück, dass es oft geteilt wurde und dass ich sozusagen viele Anfragen über Facebook bekam und dann so auch meine Wohnung gefunden habe, in der ich jetzt lebe, ja. Wenn man von barrierefrei redet im Zusammenhang mit Inklusion, mit Handicap, wird oft Technisches darunter verstanden, das heißt eine Rampe oder niedrige Einstiege am Bus und Bahn. Aber Inklusion oder barrierefrei ist ja viel mehr, das ist ja die Teilnahme am normalen Leben, soweit irgend möglich ist. Genau, also barrierefrei heißt für mich oder Inklusion bedeutet für mich, dass man wirklich selbstbestimmt leben kann. Sicherlich braucht man Hilfe aufgrund seines Handicaps, aber ich versuche alles, um mein Leben selbstbestimmt und bestimmt leben zu können, ja. Jetzt haben Sie aufgrund Ihrer eigenen Lebensweges ein Projekt ins Leben gerufen. Das Projekt heißt Von Handicap zu Handicap. Genau, also mir war immer wichtig, im sozialen Bereich zu arbeiten und das Ganze wurde mir natürlich durch meine Behinderung erschwert. Ich wollte damals als Jugendlicher so mit 16, 17 immer im Kindergarten arbeiten. Da hieß es, das geht nicht wegen deines Handicaps. Also habe ich mir was überlegt oder was gesucht, wo ich was arbeiten kann mit etwas, was ich selbst durchlebt habe. Ich habe mit diesem Projekt regional gestartet vor vier Jahren und dann wurde das von einem Radiosender in Hessen vorgestellt, von Hitradio FFH. Und so kamen dann auch Fernsehansagen und Radioansagen und jetzt arbeiten wir quasi deutschlandweit, ja. Was beinhaltet das Projekt? Also wenn man auf Ihre Seite geht, dann sieht man, dass Sie Beratungsgespräche anbieten zum Beispiel. Genau, das heißt also das Besondere an meinem Projekt ist quasi, dass wir keine bestimmten Rahmenbedingungen vorgeben. Das heißt, wir gehen nicht zu den Klienten hin und sagen, so und so musst du leben, das ist gut für dich, sondern ich gehe oder meine Kollegen, meine Kooperationspartner, wir machen Erstgespräche, besuchen die Leute in ihrer aktuellen Wohnsituation und klären dann, was ihre Wünsche sind, was ihre Ziele, ihre Träume sind und wie sie leben möchten. Und gehen quasi jeden einzelnen Weg, so wie er sein soll, mit den Klienten. Das heißt sehr individuell abgestimmt, weil auch wie bei nicht gehandicapten Menschen jeder individuell ist, individuelle Bedürfnisse hat und ein individuelles, das für sie genauso wichtig ist wie für mich, ein individuelles Umfeld mit Freunden, Bekannten und so weiter. Genau, und wenn man dann quasi die Rahmenbedingungen gestellt hat, wie der einzelne Klient leben möchte, dann macht man eben über die Eingliederungshilfen zum Beispiel des Landes Hessen, stellt man dann verschiedene Anträge auf Assistenzleistungen, auf Pflegedienstleistungen. Wenn der Pflegedienstgrad jetzt zum Beispiel ein paar Jahre zurückliegt, ist es natürlich auch wichtig, dass man dann mit dem medizinischen Dienst spricht, dass sich der Pflegegrad erhöht, weil auch bei einer Behinderung ist es ja meistens oder sehr häufig so, dass natürlich das Krankheitsbild schlechter wird statt besser. Und dann muss man natürlich die Rahmenbedingungen einzeln abklopfen, sage ich mal, um dann eben auch langfristig ans Ziel zu kommen. Und das ist natürlich keine Arbeit, die in einem halben Jahr getan ist, sondern es dauert schon so ein Jahr, anderthalb, bis das Ganze so steht, wie man dann leben kann. Und auch danach schaue ich natürlich, wie ist es mit meinen Klienten und kann man noch was tun und höre regelmäßig, wie der Sachstand ist. Sie sprechen immer von Klienten und die Beratungsgespräche sind, das habe ich Ihrer Homepage entnommen, sind kostenfrei. Aber ohne Moos nichts los. Sie müssen sich auch irgendwie finanzieren. Reisen kostet Geld, Internet kostet Geld, Telefon kostet Geld. Ja, also es ist so, dass das Projekt natürlich jetzt eine enorme Werbung hat. Das heißt also natürlich durch Medien, durch Werbung, dann haben wir verschiedene Kooperationspartner, wie Sie auf der Webseite gesehen haben, die das Projekt natürlich auch mittragen. Und jetzt ist es auch so, dass ich jetzt gerade aktuell am überlegen bin, wie man aus dem Projekt eine GmbH oder einen eingetragenen Verein macht. Denn das Projekt wird immer größer und die Nachfrage auch mit Leuten, die zusammenarbeiten wollen, wird immer größer. Nun gibt es ja Organisationen, die sich um die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap kümmern. Aber wenn ich jetzt so Ihren Ausführungen entnehme, ist da immer noch ein großer Bedarf. Ja, natürlich. Und insbesondere, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Kollegen das schlechter oder besser machen. Ich glaube, jeder macht es individuell. Aber ich sage mal so, die meisten Leute sind nicht gehandicapt. Und das Besondere an meiner Arbeit ist eben, ich weiß genau, von was ich spreche, weil ich diese Probleme, Höhen und Tiefen selber im Alltag mitmache. Das heißt, das denkt an beim Busfahren, bei in die Stadt gehen, bei all diesen Dingen, die man als Läufer vielleicht gar nicht so im Blick hat. Das heißt, von gehandicapt zu gehandicapt spricht man quasi auf Augenhöhe. Unabhängig jetzt, was das für ein Handicap ist, ob das zum Beispiel MS ist, also Multiple Sklerose im Rollstuhl oder andere Dinge. Aber sie können sich in die Lage eines Gehandicapten besser hineinversetzen als, ich sage mal, ich. Der sagt, okay, ja, es ist einfach breite Tür, Rampe, schön, alles gut. Was will er mehr? Ja, genau. Also wie Sie schon sagten, ich kann mich in die Person hineinversetzen. Und ich weiß natürlich auch um den psychischen Aspekt. Das heißt, jemand wie ich, der mit diesem Handicap aufgewachsen ist, für den ist es normal so, wie wenn Sie auf Ihren Beinen stehen. Aber jemand, der natürlich durch einen Unfall, Motorrad, Auto oder auch Schicksalsschläge eine Behinderung hat, das spielt ja auch oft der psychische Faktor eine große Rolle. Und dann ist es natürlich gut, wenn man jemanden hat, der quasi selber von Geburt an so ist und kann dann auch ganz anders unterstützen. Ein, ein, Sie haben gerade psychisch angesprochen, ist natürlich, unsere Gesellschaft ist grausam. Und alles, was aus der Norm fällt, wird natürlich oft mit Häme, mit Spott und mit Ignoranz überzogen. Ist Ihnen das selber schon passiert? Ja, also gerade in meiner Kinder- und Jugendzeit, ich hatte als Kleinkind, ich sage mal so, Kinder untereinander können grausam sein bis zum Gehtnichtmehr. Als Kleinkind hatte ich sehr wenige Freunde, das waren wirklich nur zwei, drei, weil die anderen Kinder mit mir, ich sage es mal so salopp, nichts anfangen konnten. Ja, ich hatte meinen ersten Rollstuhl mit sechs Jahren bei der Einschulung bekommen. Das heißt, vorher hatte ich einen Kinderwagen und war natürlich nicht so mobil. Und naja, so ging das halt immer weiter. Auch mit 14 war ich magersüchtig und hatte einige Depressionen und psychische Krankheiten. Also das war ein langer Lernprozess und auch ein langer Leidensweg und auch ein langer Kraftakt dahin zu kommen, wo ich jetzt als persönliche Person auch stehe. Das heißt also aber auch in Ihrem Projekt von Handicap zu Handicap werden solche Aspekte durchaus angesprochen bei Ihren Klienten, auch beraten, oder? Ja, natürlich, denn anders, ohne die Hintergründe und ohne die Person kennenzulernen und zu wissen, was steckt eigentlich hinter diesem Leidensweg oder hinter diesem Schicksal, kann ich nicht arbeiten und ich glaube, dann wäre es auch keine gute Beratung. Ich finde wichtig, dass man die Leute kennenlernt, dass man sich einen Eindruck verschafft und dann eben schaut, wie man bestmöglichst helfen kann. Und jeder geht ja auch mit seinem Schicksal offen um. Ich zum Beispiel bin als Kind schon sehr offen damit umgegangen und habe versucht, mir ein dickes Fell wachsen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die das als Mitleid empfinden, wenn andere helfen und dann möchten das nicht. Also ich glaube, da muss natürlich, jede Person kann um Hilfe bitten, aber man muss natürlich auch ein Stück weit eigene Lebensenergie und Stärke entwickeln, um durchs Leben zu kommen. Ja, aber Mitleid ist ja nicht das, was Sie von anderem wollen. Nein, also... Sie wollen auch, weil Sie ja nun im Rollstuhl sitzen, auch gefragt werden, darf ich Ihnen helfen? Ja. Ja, und nicht einfach hinten anpacken und losschieben oder... Sie wollen als Mensch respektiert werden, trotz Ihrem Rollstuhl und Ihrer Einschränkungen. Ja, also ich habe gerade neulich in einem Fernsehbericht auch darüber gesprochen und habe gesagt, also es war so, dass mich in der Stadt oft, wo ich jünger war, Leute angeschaut haben. Und ich habe dann angefangen, in den Läden, wo man reingegangen ist, viel zu sprechen, damit die Leute sehen, wenn ich gemustert werde oder angestarrt werde, dann bekomme ich das mit und dann kriege ich mit, dass Leute über mich reden. Und da war auch die Resonanz dann so, dass Leute gefragt haben, darf ich Sie fragen, was haben Sie denn oder ist das schon von Geburt an so? Und ich bin halt oder gehe heute noch sehr offen damit um und sage, ja, so und so ist es. Und für mich ist das Leben normal, denn ich kenne es ja nicht anders. Ja gut, das ist ja eine Entwicklung, wenn man sagt, die Leute interessieren sich für einen, ehrlich, interessieren sich für einen, ist das ja nur positiv für die Menschen mit Handicap. Ja, ich denke, also wie gesagt, es gibt natürlich auch die andere Seite, dass Leute jemanden mustern und jemanden ausgrenzen. Und da muss man halt natürlich auch in Gespräche mit Leuten gehen, denen es vielleicht genauso geht. Das heißt auch vielleicht Selbsthilfegruppen für Rollstuhlfahrer, um in den persönlichen Austausch zu gehen. Denn ein dickes Fell sich wachsen zu lassen oder ein Stück weiter drüber zu stehen, das kann man nur natürlich mit Hilfe. Also das kann man, glaube ich, schwierig alleine schaffen. Insbesondere, wenn man so... Haben Sie schon mal überlegt, wenn die Leute Sie so intensiv mustern, sich Autogrammkarten drucken zu lassen und sagen, bitteschön. Ja, ich... Ich weiß, das ist jetzt ein Scherz, aber... Aber die Idee ist gar nicht schlecht. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt schon sehr bekannt durch Medien, Fernsehen. Also ich mittlerweile habe damit wenig zu tun. Im Gegenteil, ich bekomme eher Hochachtung und Respekt für meine Arbeit. Aber mir ist es wichtig, sich für andere Leute im Rollstuhl oder Leute mit Handicap stark zu machen und zu sagen, das kann jeden Menschen treffen. Sie können zum Beispiel, Gott bewahre, aber sie können vom Auto angefahren werden oder sind dann selber behindert. Also ich denke, jeder kann immer in diese Lage kommen. Deswegen darf man nicht dieses Schubladendenken machen, du bist behindert und ich bin es nicht. Wir haben alle Stärken und Schwächen, so sehe ich das. Das ist wohl so, weil, ich sage mal, vor einem Apoplex, einem Schlaganfall ist heute niemand gefeilt und danach kann durchaus der Rollstuhl das Gefährt der Wahl sein. Also jetzt sind Sie nicht nur in Mittelhessen, wo Sie leben, in Gießen aktiv, sondern inzwischen bundesweit. Und wenn ich dann erinnere, dass Sie die Beratungsgespräche vor Ort machen, heißt das Reisen. Nun ist Reisen mit der Deutschen Bahn auch immer so ein bisschen Abenteuerreisen und da kommt man vielleicht vom Bahnhof zu Bahnhof. Haben Sie ein Fahrzeug oder sind Sie mobil, um vor Ort zu kommen? Ja, also ich habe ein Auto, was die Assistenten fahren können, weil natürlich ein behindertengerechtes Auto wäre, natürlich nochmal kostspieliger. Das heißt, ich habe einen Assistenten, der mich gezielt in diesem Projekt auch unterstützt, der quasi auch Pflegeberatungen macht als Krankenpfleger, weil ich bin ja kein Krankenpfleger oder keine pflegerische Ausbildung und er begleitet mich zu allen öffentlichen Terminen und auch Beratungsgesprächen, sodass wir Gott sei Dank mit meinem Auto fahren können, weil ich glaube, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre das gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ein Fast ohne Boden. Weil Sie gerade Corona angesprochen haben, das ist natürlich für, wie heißt das, vulnerable Gruppen was Besonderes und da fallen eben auch Menschen mit Vorerkrankungen hinter geschwächten Immunsystemen, was man ja also oft bei Menschen mit Handicap hat, weil die sehr oft in der Bude bleiben, in der Wohnung sitzen und so weiter. Auch das drückt auf die Psyche und so weiter. Wie gehen Sie mit Corona und innerhalb Ihres Projekts mit Ihren Klienten, wie gehen die mit Corona um? Also es war natürlich eine schwierige Zeit, denn ich berate ja ganz viele unterschiedliche Menschen und die sind zum Teil höchst risikogefährd. Das heißt, eine Zeit lang mussten wir wirklich strukturäre Umstellungen machen. Das heißt also mit Zoom, mit Videotelefonie, weil natürlich eine persönliche Beratung nicht möglich war. Das heißt, wir konnten auch keine Neuaufnahmen machen, weil natürlich es nur möglich war, mit Leuten zu telefonieren. Man hat dann natürlich erst mal die Beratungsgespräche gemacht und aktuell ist es wieder so, hier bei uns in Mittelhessen steigen die Zahlen in die Höhe. Das heißt, wir können aktuell nur Beratungsgespräche durchs Telefon machen, durch die Videotelefonie. Das heißt, ich muss mich dann hier vor Ort um Anträge kümmern und um Telefonate, weil ein persönliches Treffen einfach nicht möglich ist. Ja gut, das ist bundesweit. Wir sind ja nicht ganz so weit auseinander. Hier Waldeck-Frankenberg, da liegt ja nur noch Marburg-Biedenkopf dazwischen. Aber auch hier steigen die Zahlen. Wir haben hier in Waldeck-Frankenberg, das gibt es aber auch hessenweit, die Aktion für Behinderte Menschen e.V., die nennt sich nun mal so, weil die schon etwas älter ist. Die veranstalten regelmäßig jetzt seit zwei Jahren sogenannte inklusive Wandertage. Hier durch den Nationalpark, also ich wohne direkt am Nationalpark, da ist dann Planwagenfahrt mit dabei, dann sind dann kleine Touren mit dabei. Und zwar bewusst inklusiv, da gehören nicht nur gehandicapte Menschen dazu und deren Begleitung, da werden bewusst gesunde Menschen eingeladen und es werden auch bewusst Asylanten zum Beispiel eingeladen, um denen zu zeigen, wie wir oder wie manche Gruppen mit ihren Gehandicapten umgehen. Das ist ja nun in manchen ausländischen Regionen doch ganz anders. Finden Sie solche Veranstaltungen grundsätzlich gut, dass man sagt, hier Wandertag durch die Natur, die Ranger haben alles erklärt oder zu einem Geflügelzuchtverein, wo man dann über die Hühner und was weiß ich aufgeklärt wird? Ich finde das sehr gut, weil ich finde, genau das ist der Weg, um Integration und Inklusion voranzutreiben. Und ich finde das gut, wenn man in die Natur geht, wenn man was Neues lernt, und wenn man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, auch persönlich, denn das ist gerade in dieser Zeit, ist das ganz, ganz wichtig, dass man Kontakte hat, dass man nicht zu Hause sitzt und vereinsamt. Und Sie haben ja eben gefragt, wie ich mit Corona umgehe. Ich konnte eine Zeit lang natürlich nicht arbeiten, bis die Technik eingerichtet war und alles umgestellt war. Und deswegen ging es mir sehr schlecht psychisch. Und wir haben dann Spenden erhalten, natürlich für das Projekt, auch durch Medien. Und sonst würde es uns heute, glaube ich, nicht mehr geben, denn das war so eine harte Zeit. Und das ging natürlich nur mit viel Musik. Ich bin sehr musikalisch. Ich mache ein bisschen Sport zu Hause und habe natürlich dann auch die Zeit genutzt, um einfach ein bisschen zu überlegen, wie kann ich das Projekt wieder und noch moderner machen, dass uns noch ein Lockdown nicht runterreißt. Zur Musik kommen wir gleich noch, weil die müssen dann auch erklären, warum da Michel Kubik steht und nicht immer Michael Kubik sage. Aber da kommen wir gleich zu. Ganz kurz, ich heiße Michel Kubik, also eigentlich Michel Kubik. Okay. Ah ja, das ist dann wieder so mittelhessisch der Michel, der übliche Name dort für Michel. Der Kreis Paderborn, das ist hier auch nicht so weit weg von Waldorf-Frankenberg, auch schon fast ein Nachtragskreis in Nordrhein-Westfalen. Die haben in ihrem Kreistag angeregt, ein quasi Behindertenparlament auch im Kreistag zu installieren, damit man regelmäßig auch die Stimmen der Betroffenen hört. In der Regel entscheiden Ämter, Amtsärzte, Pflegedienste und so weiter. Das kennen Sie aus eigener Erfahrung über den Kopf der Gehandicapten hinweg. Was halten Sie von solchen Einrichtungen? Also ich finde, Sie meinen jetzt von Pflegediensten und so ein... Nein, ich meine der Kreistag von Paderborn hat die Idee, ein Behindertenparlament im Kreistag einzurichten, das regelmäßig tagt mit Kreistagsabgeordneten zusammen, um die Stimmen der Gehandicapten zu hören, weil in der Regel ja oft über die Köpfe der Gehandicapten hinweg entschieden wird. Also gesunde entscheiden, was barrierefrei ist, gesunde entscheiden, was Inklusion ist und so weiter. Am wenigsten werden die Betroffenen gehört. Politisch meine ich. Ich finde das gut, dass es das gibt. Und ich finde, da sollte es viel mehr geben. Denn ich finde gerade im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Behinderungen und auch Integration sind wir noch lange auch nicht nur ansatzweise am Ziel. Das hängt an beim Thema Arbeit, wenn Leute einen Fahrdienst brauchen, wenn sie nicht selbst fahren können, wenn sie Hilfe brauchen bei den Toilettengängen und einfach, wenn der Aufwand für die Arbeitgeber viel zu groß ist oder oft wird sich gar keine Mühe gemacht und es wird gar nicht geschaut, was kann denn der Mensch an sich, sondern ich vergleiche das immer so, wenn sich einer auf die Stelle bewirbt, der behindert ist und einer, der nicht behindert ist, wird natürlich in der Regel der Nichtbehinderte genommen, weil natürlich die Firma müsste ja die Bekommenszulagern natürlich, müssten aber auch ein Stück weit natürlich ihren Betrieb vielleicht umstrukturieren und sich auf den Behindertenmenschen einstellen. Und da sind wir noch lange nicht am Ziel. Das müsste es viel mehr geben. Also Firmen können sich auch freikaufen. Die drei Behindertenarbeitsplätze zur Verfügung stellen müssen, können sich auch davon freikaufen. Wäre das was, was Sie zum Beispiel in Gießen, dem Stadtparlament oder dem Landkreis Gießen vorschlagen, so ein Behindertenkonvent einzurichten? Natürlich. Also wie gesagt, das wird jetzt das Nächste sein, was ich in Angriff nehmen werde. Denn ich finde, da muss man noch eine ganze, ganze Menge tun. Und oft ist es wirklich so, in der Regel kommen die Leute mit Handicap in Einrichtungen, wie die Lebenshilfe oder Caritas, weil das einfach für die Menschen am einfachsten ist. Und ich finde, da werden sie auch nicht richtig gefördert und gefordert. Nichtsdestotrotz, trotz Rollstuhl, trotz halbseitiger Lähmung und Spastik rechtzeitig, haben sie ja auch Hobbys und Träume. Und jetzt kommen wir, warum da unten immer unter ihrem Bild immer Michelle Kubik steht. Sie ist ja als Schlagersängerin aufgetreten. Ich war mal eine Zeit lang Musiker und habe auch Musik gemacht für Menschen mit Handicap. Das heißt, ich habe einen Teil der Einnahmen an die Deutsche Kinderkrebshilfe gespendet, an Vereine in Gießen. Das war natürlich nicht so groß mit Fernsehen und wie jetzt mit Radio. Aber mir war wichtig, Menschen zu helfen und Menschen, denen es schlechter geht, als mir einfach etwas Gutes zu tun. Und 2016 war mein Großvater bei dem letzten Auftritt von mir verstorben, sodass ich dann gesagt habe, Musik kann ich aktuell nicht mehr machen. Ich möchte eine Pause machen und habe dann in der Pause quasi durch die Schicksalsschläge mich für die Projektarbeit entschieden. Und Sie spielen Instrumente? Nein, ich habe gesungen. Das heißt, ich habe auch zwei Lieder selbst geschrieben zum Europäischen Jahr für Menschen mit Behinderungen, welche da heißen, ist nicht jeder irgendwie behindert und schau nur hin. Da ging es genau um diese Sachen, um Inklusion, Integration für Menschen mit Behinderungen und um einfach hinzuschauen. Der Mensch ist Mensch, ganz egal, wie er aussieht. Groß, klein, dick, dünn und nicht sichtbar behindert und sichtbar behindert. Also für mich ist der Mensch Mensch. Das ist ein schönes Wort. Letztendlich ist auch, für mich persönlich jetzt, Hautfarbe, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung vollkommen nebensächlich, weil der Mensch Mensch ist. Es wird immer sehr viel Toleranz eingefordert. Nun ist es so, tolerant kann ich gut sein, wenn ich in der stärkeren Position bin, wenn ich in der mächtigeren Position bin. Ist es nicht viel wichtiger zu sagen, Akzeptanz? Ich akzeptiere Michel Kubik so, wie er ist? Natürlich, da bin ich voll bei Ihnen. Und ich finde, auch das sollte viel mehr und muss viel mehr getan werden. Wir sehen das aktuell an unserer Corona-Lage. Die Leute lassen sich nicht impfen, möchten aber genau die Freiheiten haben, die wir haben. Gehen ohne Maske raus. Ich war gestern, habe ich mal einer der wenigen freien Tage genutzt und war mal auf dem Weihnachtsmarkt. Und da habe ich mich etwas gewundert, dass die Leute, es stand überall, dass Maskenpflicht bitte sein soll. Jeder zweite Mensch kam mir ohne Maske, ohne Abstand entgegen, so dass ich die Kehrsendung genommen habe, ins Auto rein und dann wieder nach Hause, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. Von Handicap zu Handicap, wie geht es weiter? Was ist in der nächsten Zeit geplant, außer mehr Sponsoren einzuwerben, die Sie unterstützen, soweit es geht? Buchprojekt in Arbeit oder was auch immer? Ja, also wir haben jetzt ein großes Buchprojekt in Arbeit. Das schreibt ein Journalist, den ich sehr lange schon kenne, vom Mittelhessen-Blog, wer sich da unterstützt mit der Schreibarbeit. Und wir planen etwas ganz Besonderes. Das heißt, meine Lebensgeschichte und meine Arbeit dazu niederzuschreiben, aber auch natürlich Geschichte von anderen behinderten Menschen, zum Beispiel Klienten von mir, aber auch Leute, die im Behindertenbereich tätig sind. Das heißt, Leute, die in der Behindertenarbeit arbeiten, um so vielleicht auch bestimmte Vorurteile abzubauen, was die Arbeit mit Behinderten betrifft. Und natürlich den sozialen Beruf wieder aktiver zu machen, auch für junge Menschen, die vielleicht nicht wissen, wo soll es hingehen. Und wir haben jetzt am Freitag einen großen möglichen Sponsor an Land gezogen, und zwar den Rollstuhlbasketball, den RSV Landil. Und wenn die als Sponsor mit einsteigen, dann wollen wir natürlich auch den Behindertensport mit reinnehmen, weil auch im Rollstuhl kann man sportlich aktiv sein. Das wäre jetzt für mich nichts, weil ich einfach da ängstlich bin durch meine Beeinträchtigung. Aber ich finde das großartig und war auch schon oft auf so Spielen, also von den RSV Landilern, weil ich sage, auch im Rolli kann man alles oder mit Behinderung kann man alles erreichen, was man möchte. Gibt es ja, also auch Rollstuhlbasketball ist paralympische Disziplin. Also da bin ich also da voll bei Ihnen. In Ihrem Buchprojekt, das Sie eben angesprochen haben, fehlt, vielleicht habe ich es auch jetzt überhört, fehlt nach meiner Ansicht vielleicht auch, wie sind die Eltern von betroffenen Eltern zum Beispiel von gehandicapten Kindern, die Sie, Sie kennen das selbst von Ihrer Mutter bis im Alter, wo andere schon das Studium abgeschlossen haben, bei Ihnen war und Sie unterstützen musste, weil Sie es alleine gibt. Gehören die nicht auch in so ein Buchprojekt, dass man mal deutlich macht, wie werden auch die von der Gesellschaft zum Teil geschnitten? Doch, also natürlich gehören die auch mit rein und natürlich meine Mutter wird natürlich zu meiner Lebensgeschichte auch was sagen, denn sie hat mich oder begleitet mich schon seit 30 Jahren, seit meiner Geburt. Wir haben viele Therapien gemacht, wir haben viele Schicksalsschläge zusammen erlebt. Aktuell ist meine Mutter selber sehr krank, hat jetzt seit sieben Jahren Rheuma, hat eine Skoliose und hat jetzt einfach ganz, ganz viele Krankheiten, weil der Körper durch die hohe Belastung, die sie mit mir hatte, auch vom Tragen her, wir haben früher in unserem älteren Haus oben gewohnt, das heißt, ich musste jeden Tag 15 Stufen runtergetragen werden, um in die Schule oder Kindergarten zu kommen und das ganz alleine, weil meine Eltern seit dem sechsten Lebensjahr von mir getrennt sind. Und da ist es natürlich wichtig, dass man so Geschichten auch reinbringt, denn ohne meine Mutter wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Ja, aber es geht auch anderen Eltern so, die ja dann oft, ich sage mal, vom Bekanntenkreis her bleiben ihnen dann nur wieder Eltern mit gehandicapten Kindern oder gehandicapten Personen und so weiter. Und das kann es ja nicht im Sinne der Inklusion sein, die gehören da auch in so ein Buch. Ja, also wie gesagt, das kommt auch mit rein, das packen wir ja dann unter die eigene Lebensgeschichte der einzelnen Klienten und der einzelnen Leute, die da mitmachen. Deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen ganz unterschiedliche Lebensgeschichten mit reinpacken, denn natürlich auch jedes Elternteil, jede Familie hat natürlich diesen Schicksalsschlag oder dieses Trauma, Behinderung und integrieren in die Gesellschaft eigenständig erlebt. Und deswegen war mir das wichtig, dass wir so eine ganze Lebensgeschichte damit reinpacken. Wann ist denn die Erscheinung geplant des Buches? Also wir gehen jetzt mal davon aus, so in einem Jahr, wenn der Sponsor jetzt steht, wenn die Sponsorpartner jetzt hundertprozentig stehen, gehen wir von einer Schreibzeit aus, von acht bis neun Monaten, dann muss es gedruckt werden, dann muss es... Es muss erst mal redigiert werden, dann kommt das Lektorat. Ja, also das ist... Also so, ich sag mal, so ein gutes Jahr sollte da das stehen und wir wollen dann, wenn es fertig ist, natürlich auch das Großbewerben im Fernsehradio und eine professionelle Lesung veranstalten mit Leuten, die an dem Buch mitgewirkt haben und natürlich auch Menschen mit Handicap und das wird, glaube ich, eine ganz tolle, tolle Sache. Michael Kubik, ich danke Ihnen für das Interview. Ich wünsche Ihnen einmal für Ihr Projekt von Handicap zu Handicap alles Gute, viel Erfolg, viele, viele weitere Erfolge, sprich zufriedene Klienten und natürlich auch für das Buchprojekt, dass es irgendwann auf der Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 1 der Sachbüter steht. Ja, vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und bleiben Sie gesund. Und wenn das Buch fertig ist, komme ich gerne nochmal auf Sie zu. Kein Thema. Kein Thema.